Was ist das, was du mit der Privatwelt anrufst? Das ist natürlich auch noch sehr wichtig in unserem Leben. Wir leben und arbeiten ja zusammen an einem Ort. Das ist auch, hat auch, da habe ich auch Wunden erlitten an der Stelle, dadurch, dass mein Sohn vor elf Jahren gestorben ist. Das ist ein Bereich von sehr viel Erfahrung, von Durchhalten, von sich umeinander bemühen, miteinander wachsen und natürlich auch vom Umgang mit Freuden und mit Leid. Und sagen wir mal so, um den Übergang in die anderen Welten, ich umgebe mich auch beruflich eigentlich nur mit Menschen, bei denen ich, mit deren privat weltlicher Lebensentwicklung, ich irgendwie ganz gut einverstanden sein kann. Und bei denen ich das Gefühl habe, dass die einigermaßen integriert das auch leben in ihren privaten Lebenssphären und Bereichen, wofür sie dann in Seminaren und so stehen. Das ist ganz wichtig. Da haben wir auch einfach das Privileg, du wahrscheinlich auch, ich vielleicht noch mehr, dass ich ganz handverlesen und selbst auslesend diese Gemeinschaft um mich herum formen kann. Das ist mir aber auch wichtig. Insofern habe ich auch nicht so ein großes, ausgeprägtes Privatleben, das völlig losgelöst ist von beruflichen Beziehungen. Sehr viele meiner nahen privaten Freundschaften liegen im ähnlichen Berufsspektrum. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut. Professionell, von meiner Professionsentwicklung, ich wollte ja mal Handelslehrer werden, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich taug zum Lehrer, aber die klassischen Schulfächern, denen war ich alle so schlecht, dass ich da keinen Mut hatte. Und mit Wirtschaft habe ich gedacht, das ist noch unbelastet, das könntest du mal probieren. Ich habe dann allerdings festgestellt, dass die Institution Schule, die ich im Praktikum kennengelernt habe, nicht wegen der Schüler, aber wegen, ich habe das wie ein Panoptikum in Erinnerung, ich saß in diesem Lehrerzimmer und guckte rum und dachte, nee, da willst du nicht dazu gehören. Und dann wollte ich ja lieber Hochschullehrer werden, habe ja auch schon sehr früh Tutorenprogramme geleitet und so Sachen gemacht. Da habe ich aber nicht so recht reingepasst, weil ich eben in vielem immer wieder zu unkonventionell war. Ich habe diese, in keinen der Kamine, da habe ich dich reingepasst. Ich habe einfach dann sehr viel selbst immer gemacht. Also das ist jetzt so eine Mischung zwischen Professionsentwicklung und Organisationswelt. Also ich bin sozusagen schon früh Unternehmer in eigener Sache oder Selbstständiger gewesen, also als Organisationsweltrollen. Und von meiner Profession her war ich dabei Berater, aber am meisten vielleicht Lehrer, weil ich einfach immer gern anderen was beigebracht habe. Und das, was ich dabei gelernt und entwickelt habe, habe ich auch immer gerne festgehalten. Insofern bin ich vielleicht von der Profession her auch Entwickler. Und als Entwickler dann durch die Entwicklung von dem Institut und den Konzepten und den Vorgehensweisen und der ganzen Arbeitskultur her und dass ich dem immer mehr Form gegeben habe und immer mehr Menschen einbezogen worden sind, bin ich einfach organisationswältig, wenn mich heute im Hotel gefragt werde, was sind Sie von Beruf, sage ich dann Unternehmer. Wobei auch das sich schon wieder entwickelt, also vom Professionellen, vom Freiberufler zum Unternehmer. Und heute bin ich in manchem auch schon wieder Investor. Nicht so sehr wegen Investment von Geld, sondern Energie investieren in Felder, die entwicklungsfähig und zukunftsfähig sind. Und dadurch, dass ich ja eine Stiftung gegründet habe vor zwei Jahren und das Stiftungsgeschäft aufbaue, um unser Know-how eben auch der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, bin ich auch ein Stück Mäzen geworden, aber nicht einer, der dann eben sich zurücklehnt und sagt, ich stelle euch das zur Verfügung, macht was daraus. Ich merke, es geschieht nicht das damit, was ich möchte, deswegen bin ich auch da eigentlich Sozialunternehmer, Social Entrepreneurship und Entwickler von neuen Arbeitsformen und Geschäftsmodellen, wie dieses Zusammenspiel eigentlich aussehen kann, von Profit- und Non-Profit-Unternehmertum. Also, das ist bei mir immer auch alles ganz gut beieinander gewesen, das sich vielleicht auch durch die Räumlichkeit in Wiesloch abbildet, sodass ich eigentlich auf wenigen Bühnen unterwegs bin und meine Energien auf diese verschiedenen Welten nicht sehr verstreut sind, was ich persönlich ganz angenehm finde. Also, bei mir ist es ein bisschen anders, aber auch wiederum gibt es Parallelen zu. Die Trennung ist bei mir auch nicht trennscharf irgendwie, das hat mich auch nie interessiert, wobei mehr als bei dir zum Beispiel, du hast ja auch am gleichen Ort gehabt, mir war immer wichtig, hat sich aber geändert im Laufe der Jahre, diese Gewichtung, aber über lange Jahre war mir sehr wichtig, den Bereich, wo ich arbeite, also zum Beispiel hier, zu trainern mit ein bisschen Abstand von meinem privaten Bereich. Das wollte ich immer so, das hatte auch damit zu tun, sicher, dass ich aus einer Familie komme, meine Eltern hatten auch so ein kleines mittelständisches Unternehmen, da war praktisch die Familie überhaupt nicht abgegrenzt von dem Ganzen, das war das wichtigste Familienmitglied war das Unternehmen und auch die Leute, die da gearbeitet haben, die sind da praktisch ständig rein und raus gegangen. Da gab es praktisch gar keine Abgrenzung und da war es für mich erst mal, denke ich, als Alternative wichtig, das anders zu machen. Im Laufe der Jahre hat sich das wieder mit mehr Gelassenheit gelegt, aber das war dann auch nur so eine formale Trennung. Wenn ich es dann sonst so gucke, meine Beziehungen, da ist es eigentlich durchgängig so, dass die meisten Leute, mit denen ich dann enger zu tun hatte über die Jahre, mit denen ich befreundet bin, auch Leute sind aus diesem Bereich. Mit unterschiedlichen Perspektiven, unterschiedlichen Zugängen, aber das ist ja gerade das Interessante, aber schon in dem Bereich so irgendwie, sodass sich da die Trennung gar nicht so klar ergibt. Freundschaften und berufliche Kooperation, das stand irgendwie so immer in Kombination da. Und das ist mir auch immer ein Anliegen, weil eigentlich die Art, wie ich versuche zum Beispiel, dass jetzt in beruflicher Weise die Art, wie die Haltung gestaltet wird, die ich da anbieten will, auch in Weiterbildungen, die ich natürlich leben will in der Art der Begegnung mit Leuten, die will ich natürlich zu Hause genauso praktizieren. Für mich ist das ein Anspruch, dass ich, wenn ich achtungsvoll mit Klienten arbeite will, also zumindest mal genauso achtungsvoll daheim umgehen sollte mit den Leuten, was nicht immer so einfach ist, wie man denkt, so ungefähr, wie näher die Beziehung ist. Aber insofern ist das von daher sowieso gar nicht so eine klare Trennung. Einerseits formal schon, ich finde es auch eine sehr sinnvolle, nützliche Unterscheidung, aber für mich selber in meiner Lebensgestaltung weniger. Und das bezieht sich auch auf die Art von Organisationsaktivitäten. Ich habe dann, das war immer eine Vision von mir, diese hypnosystemischen, kompetenzaktivierenden Prinzipien mit Unterstützung von Autonomie, Selbstwirksamkeit, Selbstorganisation der Leute, auch in der Organisationsform zu gleiten. Und das ist hier im kleinen Rahmen schon immer so gewesen, aber es ist ein ganz kleiner Rahmen, so ein Institut. Und deswegen habe ich dann mit anderen die Systelius-Klinie gegründet. Das ist schon eine eigene Regie gelaufen und läuft da, wo man in der Zwischenzeit mit so möglichen 100 Klientenplätzen arbeitet und ein Team von insgesamt, das bald 120 Leuten dabei haben. Und da ist es auch wieder so, dass die gleichen Prinzipien, die mir in meinem Privatleben wichtig sind, die mir natürlich in der Arbeit mit Leuten auch wichtig sind, unbedingt jetzt auf die gesamte Organisationsform zu übertragen sind. Und das ist sowieso ein ständiges Experiment, Work in Progress, wo die so quasi die Balance zwischen einerseits hierarchischen Strukturen, so vertikalen Strukturen, die braucht man auch in diesem Bereich, sonst hätte man gar keine Bankkredite gekriegt. Das aber mit so einer horizontalen Selbstorganisationsdynamik im Wechselspiel steht. Und wie man das machen kann, sehr unterstützend für die Leute und gleichzeitig eben diese verschiedenen Rollen dabei beachtend, finde ich hochspannend, faszinierend. Und damit ist auch aber das, wenn man dann genauer guckt, ist das, was wir dort probieren, letztlich auch was, was ich im Umgang mit mir selbst und mit anderen Leuten, auch sogar im inneren Umgang mit verschiedenen Seiten des inneren Teams sozusagen auch machen will. Da ist Hierarchie und gleichzeitig quasi eine Ebene von Selbstorganisation genauso wichtig. Insofern ist das sehr schwer zu unterscheiden eigentlich. Formal schon, aber in gewisser Weise von der Denkhaltung und vom Arangehen kaum. Und das ist für mich auch weiter ein Ziel. Ich will eigentlich lebenslang lernen mit Leuten zusammen, die mich interessieren. Und naja, da sind sie halt aus diesem Berufsfeld, das interessiert mich halt. Na, da gibt es auch andere, aber das ist das Wichtigste. Da war ja in den Fragen auch so die Frage nach den Unterschieden. Ich habe mir das jetzt nochmal überlegt, also ich habe jetzt zwischen uns zwei Unterschiedsbeschreibungen, die ich von mir aus machen würde, wo wir tendenziell verschieden sind. Also das eine ist, dass ich selbst von meinem Wesen her stärker introvertiert bin, als ich habe gelernt, extrovertiert in der Welt zu sein und komme dann auch auf ein gutes Energieniveau. Aber ich sage es immer in der Metapher, das geht bei mir dann immer auf Akku. Ich brauche dann wieder den Rückzug und die Erneuerung in der Introversion. Und da erlebe ich den Grunde anders. Da habe ich so das Gefühl, der ist in der, obwohl ich seine introvertierten Zeiten auch kenne, aber es ist irgendwie anders. Er kann in der Extraversion sehr viel selbstverständlicher und länger leben. Er braucht keinen Raumanzug dafür. Und das andere ist, wir haben ja so ein kleines Konzept Intensitätsverstärker und Intensitätsverminderer. Da habe ich so das Gefühl, dass ich es gern ruhiger und weniger Energie geladen habe. Da kann ich sehr viel feinsinniger selbst navigieren. Und da habe ich den Eindruck, da kannst du auf dem höheren Energieniveau und auch selbst mit sehr viel mehr Reize und Bewegung setzen. Und das ist dann für dich die optimale Betriebstemperatur, um aus so Gewohnheitswirklichkeiten selbst rauszukommen, sondern andere auch in neue Aspekte einzuladen. Was den Coachingstil betrifft, und das hat, ja, da ist, glaube ich, diese Intensitätsniveaus. Und vielleicht auch noch was anderes, ich selbst, ich erlebe den Gunther immer als einer, der sagt, das wollen wir mal sehen, ob man das nicht hinkriegt, ob man da nicht was machen kann. Während ich zwar auch denke, okay, das probieren wir mal, aber ich neige früher dazu zu sagen, vielleicht geht es auch nicht, dann lassen wir es auch. Also ich bin vielleicht jemand, der eher sich auch mal ergibt, denn das, was geschieht, manchmal zu Recht, also es ist weise, mich nicht aufzureiben, manchmal auch zu Unrecht, man hat dann doch was machen können und ich habe vielleicht nicht alles probiert. Und da haben wir vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten, Stärken und Schwächen, dass ich vielleicht mal eher eine Sache einfach sich entwickeln lasse und nicht versuche, sie zu gestalten, wo man vielleicht gestalten könnte. Kann mir vorstellen, aber das musst du ja über dich selbst sagen, dass du dann manchmal vielleicht mehr denkst, dass man es gestalten, doch irgendwie gestalten kann. Also die Lust, es doch irgendwie hinzukriegen, die erlebe ich bei dir sehr viel stärker. Was ich merke, aber da haben wir wahrscheinlich auch vielleicht eher eine Ähnlichkeit. Dadurch, dass ich selbst am meisten Ideenfinder und Entwickler bin, kann ich natürlich am besten mit Menschen, die ich nicht tragen muss, aber denen ich Ideen geben kann und die ich anregen kann. und die auch mit überraschenden, natürlich möglichst treffenden, auch die Seele anrührenden, neuen Perspektiven auch wirklich was selbstständig weitermachen. Und da muss ich nicht unbedingt dabei sein, wie das ausgearbeitet wird. Ich habe es schwer, mit Menschen, die x Runden drehen müssen, mit den selben Themen, wie sie es emotional integriert, verarbeitet, weiterentwickelt haben und die so etwas Anhaftendes haben. Da ist mir es, mein Bewegungsdrang wird da zu sehr gebremst und das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel, obwohl ich viele Jahre Einzeltherapien gemacht habe, auch wöchentlich und so, das habe ich dann irgendwann aufgehört. Ich habe Arbeit in der Gruppe gemacht, wo ich immer mit denen arbeiten kann, bei denen im Moment gerade auch Bewegung möglich war. das hat dazu geführt, dass ich die Rhythmen aufgelöst habe und mit den Leuten dann arbeite, wenn ich das Gefühl habe, sie sind so weit, dass sie auch wirklich was machen wollen und kommen dann erst wieder, wenn sie das, was wir erarbeitet haben, verarbeitet haben und ich muss nicht beim Wiederkäuen da dabei sein. Hat auch dazu geführt, dass ich grundsätzlich mit den Leuten Tonaufnahmen mache und das hat den Vorteil, dass ich sehr viel mehr mich rein einarbeiten kann, mit den Leuten entwickeln oder ihnen Anregungen geben, die sie natürlich nicht alle sofort integrieren können, wo sie dann aber über das Wiederhören des Tonbands, wenn sie das wollen, Schicht für Schicht für sich nehmen können, da muss ich dann aber nicht dabei sitzen und ich bin dann auch froh, dass ich da nicht dabei sitzen muss. Vielleicht nochmal, wenn ich auf der Schiene bin, noch eine andere Entwicklung im Laufe der Jahre. Ich habe ja gelernt, nicht von zu Hause aus nicht so gut, aber später dann über Hochschulidaktik-Gruppendynamik, mich auf viele Menschen in Gruppen irgendwie zu beziehen und die mit denen zusammen ein Kraftfeld zu gestalten. Das habe ich ja auch 35 Jahre lang, war das mein täglich Brot und trotzdem genieße ich das heute sehr, dass ich in unseren Gruppen zu Besuch komme, dort eine Beratung mache, mit denen Fachgespräche führe, aber dass ich nicht mehr sozusagen für die Unterhaltung der Gruppe zuständig sein muss. Also ich habe das gelernt, ich habe es auch gemacht, aber ich bin froh, wenn ich das nicht mehr machen muss. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich erlebe übrigens, wenn du das so schilderstörst, auch viele Parallelen in der Hinsicht zwischen uns. Wobei, da würde ich auch zustimmen, diese Art, das Extrovertierte, ein bisschen mehr im Vordergrund, wobei ich mich selber oft sehr introvertiert erlebe, aber das stimmt trotzdem. Deswegen ist es für mich zum Beispiel noch immer so, dass ich gerne in Gruppen auch länger mit denen arbeite, weil das ist für mich so ein Inspirationsfeld dann so irgendwie, wo ich, natürlich könnte ich das vielleicht auch alleine, aber für mich bewertet sich mehr, erst mal viele Stimuli auch aus der Gruppe aufzunehmen, die in mir dann wieder Such- und Entwicklungsprozesse anregen. Die mache ich dann wieder gerne alleine. Aber das ist irgendwie wie so eine Art, ja, so eine Reiztusche, die mir hilft, dann wieder das so in einer anderen Weise. Und da ist wirklich, glaube ich, ein Unterschied in der Hinsicht. Was für mich, glaube ich, in meiner Art, auch wie ich dann meine Konzepte entwickelt habe, wie ich auch im Kontakt mit den Leuten arbeite, da ist das so eine, ja, der Versuch einer Lösung von Dilemmata, könnte man sagen auch. Weil einerseits bin ich jemand, der hat auch immer Ideen und würde gerne auch andere Leute dann so einladen, ich würde es jetzt für mich nicht in dem Verständnis eines Lehrers, aber eines Anregers, eines intensiven Anregers verstehen. Das habe ich sehr gern. Gleichzeitig ist das das, was mich immer am meisten innerlich in Schwierigkeiten gebracht hat, weil, das hängt mit meiner ganzen Lebensgeschichte zusammen, auch, dass so nach dem Krieg ich als Kind schon sehr unter dieser deutschen autoritären verbrecherischen Geschichte in der Nazizeit gelitten habe. Und das war mit auch sicher ein Grund, warum ich in die Studentenbewegung überhaupt reinkam. autoritäre Strukturen oder die Idee, dass einer sich über andere stellt, das war ein instinktiefes so, rebellieren in mir schon von frühester Kindheit an da. Und das ist dann in irgendeiner Weise in meinem Erleben konträr geworden zu dem, ich will ja da Anregungen geben. Also wie war jetzt die Aufgabe zu lösen für mich, das ist eigentlich ein Dauerthema immer noch für mich, dass ich auch in meiner Führungsrolle als ärztlicher Direktor und Geschäftsführer in der Systelius-Klinik Input gebe, zielorientierte Vorgaben womöglich mache oder auch Angebote mache, zum Beispiel Coachings und gleichzeitig die Autonomie, die ja sowieso letztendlich gegeben ist, aber auch rituell deutlich unterstützen will. Da hat sich dann für mich so eine Mischform ergeben. Ich bin da sehr aktiv, oft auch in meinen Angeboten von Ideen, aber immer aus einer fragenden Haltung. Ich nenne mich deswegen auch so ein bisschen salopp Realitäten-Kellner. Ich biete Menüs von Realitäten, von Ideen an, aber immer ganz intensiv aus einer Position von wie, was wählen Sie davon aus und ganz klar mit dem Signal und wenn Sie gar nichts davon auswählen und was völlig anderes machen, dann ist es völlig in Ordnung, weil auch das gerade Ihre autonome Kompetenz beweist und das habe ich besonders zu würdigen. So jongliert sozusagen eine persönliche Werthaltung, die schon ganz früh sich entwickelt hat oder die spielt dann rein in die Entwicklung von Coaching, Gestaltungsprozessen und so weiter. Sonst geht es mir aber auch ein bisschen ähnlich wie dir da. Ich habe früher mehr so einen Retterimpuls oft in meiner Arbeit gehabt, im Psychotherapeutischen vielmehr. Das hat sich über die Jahre sehr gewandelt. Ich mache praktisch nie, auch wenn ich Therapien mache, wöchentliche Abstände, weil ich diese Selbstverantwortung und Selbstorganisationsfähigkeit unterstütze will. Im Schnitt sind es auch bei Therapien, wenn es um heikel Sachen geht, dreiwöchige Abstände mindestens und auch immer ähnlich wie du, am besten mit Audio- oder Videoaufnahme, damit der Transfer in den Alltag. Dort findet die Arbeit statt und das will ich immer mehr unterstützen. Im Laufe der Jahre, das ist jetzt vielleicht für Psychotherapeutinnen so erfreulich, das zu hören, hat sich dabei auch dann immer mehr ergeben, dass ich auf eine Art sehr gern im Bereich von Leuten arbeite, die im Beratungsbereich, Coaching, Team, Organisationsentwicklung arbeiten, weil im Vergleich erlebe ich da deutliche Kulturunterschiede zur Psychotherapeuten-Szene, wo es mir oft schon emotional ein bisschen schwerfällt. Da wird sehr viel im Konjunktiv gelebt. Man könnte, man müsste und da müsste man vielleicht noch das überlegen, wie die Julius Kuhl das mal so genannt hat, lageorientiert, verlauter überlege und überlege, kommt man kaum noch mit dem Hintern hoch und das geht mehr auf den Wecker. Und das ist halt da so, okay, schwierig, so und so, ja vielleicht, aber jetzt was machen wir da raus? Dann kann ich ja die emotionalen Prozesse und alles wunderschön begleiten, wenn es passt, aber letztlich sind das alles Mittel zum Zweck, auch für Handlungen und da geht es schon so in diese Richtung. Das stimmt sicherlich auch, was du so sagst, dass ich eher immer von der Grundhaltung her komme, da müsste doch noch was gehen. Andererseits ist das für mich eine Befreiung, da nähern sich dann vielleicht so die, die von beiden Seiten das irgendwie an, auch einfach mal anzuerkennen, Endlichkeit und dass es vielleicht nicht geht und das auch mal zu würdigen, weil da liegt auch etwas, das Stichwort Würde ist da für mich ganz wichtig und Würde, glaube ich, ist nicht lebbar ohne dieses Anerkennen der Endlichkeit. Und da kommt es mehr und mehr rein und es hat auch dann was Befreiendes, wo ich früher immer noch quasi vielleicht auch mit dem Kopf an die Wand noch gerannt bin und da habe ich dich immer schon so etwas anders erlebt. Jetzt hat sich das so ein bisschen, ich glaube, es pendelt sich auf eine gute Balance ein, so in der Art. Ich hatte es auch mit dem Alter zu tun, was weiß ich, so entweder in der Form. Aber diese persönliche Werthaltung, so niemals sollte jemand über jemand anderen dessen gültige Realität bestimmen dürfen, das zieht sich durch die gesamte Coachingarbeit dann auch so durch. Ja, dieses Augenhöhe-Prinzip, das ist uns beiden sehr wichtig. Deswegen mache ich ja zum Beispiel, wenn ich eine Beratung mache, ist mir wichtig in der Rahmensitzung der Beziehung erst, dass man eine gemeinsame Lern- und Arbeitsbeziehung auf Augenhöhe errichtet und dann vielleicht in Rollengefüge geht, in die es dann auch Unterschiedlichkeiten gibt, durch Lebenserfahrung an Weltkenntnissen und was immer, aber dass das nicht zu einer generellen Hierarchisierung in der Beziehung führt. Und das ist uns beiden auch, glaube ich, gleich wichtig. Das hat mich, was du gesagt hast, auch nochmal angeregt zu dieser Frage der eigenen psychotherapeutischen Arbeit. Ich kann das leider immer noch nicht beweisen, weil ich noch keine Wissenschaftler gefunden habe, die bereit waren, das zu untersuchen. Aber ich würde mal behaupten, dass unsere Coaching-Ausbildung auch für das, wofür Psychotherapie da ist, für den Kreis, mit dem wir arbeiten, in den zwei Jahren nebenbei mehr Psychotherapeutisches leistet als eine Psychotherapie in dieser Zeit, obwohl eigentlich bei uns die professionelle Qualifizierung und die Identitätsbildung als Professionelle im Vordergrund steht. Und das ist auch einfach der Grund gewesen, weshalb ich mich aus den Psychotherapiekulturen herausgelöst habe. Allerdings will ich das jetzt nicht auf alle Menschengruppen, mit denen zu arbeiten ist, ausdehnen. Es gibt sicher sehr viele Menschen, für die das jetzt so nicht unbedingt gilt, aber für die Menschen, mit denen ich arbeiten kann und die auch zu mir kommen, gilt das. Und das wurde in der Psychotherapie, wie überhaupt dieser ganzen humanistischen Mentalität der 70er, 80er, 90er Jahre unterschätzt. Man hat ja immer diese Befreiung von Ideologie gehabt. Wenn ich eben irgendwelche Eierschalen, meist biografischer Art, die mich noch an der völlig freien Bewegung hindern, und wenn ich die dann von uns abgestreift habe, dann bin ich Flüge. Und das stimmt halt nicht. Man muss auch Fliegen lernen. Also vielleicht schafft man es dann mal, vom Nestrand wegzukommen und überhaupt lernen zu wollen. Aber ob man ein guter Flieger wird, das hat sehr viel mit Kompetenz zu tun. Oder umgekehrt, wenn man weltbezogen, feldbezogen und zum eigenen Wesen passend lernt, in der Welt was zu tun und dafür ständig dazuzulernen, ist das die beste psychotherapeutische Versorgung. Und von daher bin ich dann doch immer eher auf der Lernkulturentwicklerseite mit therapeutischen Effekten, als auf der Psychotherapie-Kulturseite. Und habe entsprechend dann auch meine berufliche Entwicklung daran orientiert. Das finde ich jetzt auch spannend, weil da gibt es schon wieder eine Parallele über Art. Das hängt natürlich auch damit zusammen oder davon ab, was man unter Psychotherapie versteht. Die klassischen Traditionen. Genau. Aber da ist auch so, und wenn wir jetzt so mit diesem persönlichen Stil, ich glaube, das hat auch wieder damit zu tun, dass, also zum Beispiel auch meine Curricula, wenn ich so Weiterbildung mache, das ist für mich unheimlich wichtig, dass dort sehr viel auch, ja, man könnte sagen, Selbsterfahrung oder was weiß ich, wie man es jetzt nennen will. Also die Auseinandersetzung mit eigenen persönlichen Prozessen in Interaktion, immer mit dem Blick auf die Kontexte, in denen dann die eine oder andere Art von Dynamik angeregt wird oder aktiviert wird. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass das ganz wichtig ist, dass das ein Lernbereich immer für die Leute ist. Und da würde ich dir zustimmen. Das wäre mal ein interessantes Forschungsthema auch so. Also ich bin da absolut sicher auch, das sagen die Leute ja zum Teil ja auch direkt in der Rückmeldung, dass ihnen parallel zu dem, wo sie inhaltlich professionell etwas lernen wollten, irgendwelche Tools, die Leute kommen ja oft so als sogenannte Tooligans, sozusagen immer so Tool orientiert und finde das enorm erleichternd und bereichernd, dass sie eigentlich was ganz anderes letztendlich noch mehr gelernt haben. Und das ist das, was trägt, Haltung und auch die Auseinandersetzung mit dieser eigenen Geschichte und so weiter. Und das ist mir da genauso ein wichtiger Punkt. Und da ist vielleicht auch nochmal, um das zu ergänzen, auch wieder was, was dann in den Konzepten sich widerspiegelt. Also diese hypnosystemischen Konzepte, für die ich ja stehe, die sind ja in gewisser Weise sehr stark auch zukunftsorientiert. Das ist aber kein Widerspruch. Eigentlich, der Sinn des Ganzen wird immer daraus abgeleitet, nicht aus der Vergangenheit, aus den Eierschalen, wie du das jetzt so, sondern aus der angestrebten Entwicklungsrichtung, aus dem Entwicklungsziel, für das man das macht. Das ist schon gleich eine Umfokussierung. Das hat aber natürlich auch damit zu tun, sicherlich wie ich persönlich immer das erlebt habe, was hilfreich war und was nicht. Und nur in irgendwelchen Belastungen der Vergangenheit oder hauptsächlich mich damit zu beschäftigen, hat er auch persönlich mich immer eher runtergezogen. Und das war eigentlich nicht so sinnvoll. Da war natürlich der Milton Eriksen der ideale Lehrer dafür. Was aber auch wieder diese demokratische Auffassung, diese Auffassung auf gleicher Augenhöhe massiv unterstützt hat, weil eine quasi zwingende Implikation für mich, wenn ich davon ausgehe, auch wenn jemand zehn Jahre gelitten hat, furchtbar und so weiter, beweist das überhaupt nicht, dass er keine Fähigkeiten hat, sondern die Fähigkeiten halt quasi im schlummernden Potenzial sind, dann entsteht dadurch automatisch eine Position von Gleichrangigkeit. Der hat seine Potenziale, ich. Und dann ist die Rollenverteilung anders. Insofern ist da zwischen persönlicher Auffassung und dem Beruf überhaupt kein Unterschied. Das geht gar nicht anders dann so. Und ja, durch diese mehr Kompetenzorientierung hat sich da eine Umgewichtung ergeben, die dann durch jeden Schritt in der Arbeit, auch im Coaching und in Therapien, beeinflusst. Und das Interessante für mich war dann immer, umgekehrt habe ich diese Zukunftsorientierung nie ausreichend erlebt. Da hatte ich ja jahrelang immer die gleichen Diskussionen mit dem Steve de Schaeser zusammen, wo es ich immer so erlebt habe, das geht mir zu einseitig in die Richtung der gewünschten Zukunft. Weil schon angefangen damit, dass meine Eltern im Widerstand so ein bisschen waren in der Nazi-Zeit, das war für mich unheimlich wichtig, der Blick in die Vergangenheit, aber für Gegenwart und Zukunft. Immer so, dass das gar kein Gegensatz wird. Und diese Integration, dieses Hin- und Herpendeln, um das dann wieder integrierend für eine sinnerfüllende Kraft nach vorne zu geben, das ist ja eigentlich das Hauptthema der ganzen Arbeit, aber auch der persönlichen Sache. Das ist sehr anregend. Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die mir einfallen. Also das eine ist, da stimmt ja sehr zu, in dem, was du gesagt hast, von Bateson, oder ich weiß nicht, ob es die Mara Salvini-Palazzoli oder wer war, hieß es mal, It takes three generations to produce a schizophrenic. Und das habe ich umgewandelt. Es braucht überhaupt drei Generationen der Betrachtung mindestens, um einen Charakter und eine Entwicklung zu verstehen. Und zwar nach hinten, wie auch nach vorne. Und deswegen habe ich mich ja zum Beispiel auch mit der Milieuperspektive im Coaching befasst, was eine häufig ausgeblendete Perspektive ist. Es kann nicht jeder alles werden. Und du kommst aus dem Mittelstandsunternehmen. Ich hatte eine Mutter, die auch eine kleinmittelständische Schneiderin war, eine Schneiderei hatte. Also man wird einfach, man atmet Dinge ein oder ererbt sie, sei es biologisch, sei es epigenetisch, wie man das vielleicht heute erklären würde, sei es kulturell, lernmäßig Atmosphären geprägt. Und von daher hat man ein Spektrum von Möglichkeiten. Also es steht einem auch nicht alles offen. Und es braucht, also für effektive Milieumigration, dass man es nicht nur kann, sondern sich auch in neuen Milieus daheim fühlt. Und das ist oft eine Sache von zwei, drei Generationen, nicht nur bei Migranten, die von anderen Ländern kommen, sondern auch in Berufszweigen, in Gesellschaftssphären, in Geistesdimensionen. Das ist das eine. Und das andere, das ist mir jetzt nochmal bei den Tools gekommen. Ich habe ja gerade die Einleitung zu einem Train-the-Coach-Buch, das toolorientiert ist, geschrieben. Und ich bin eigentlich auch immer jemand, der gerne Tools im weitesten Sinne entwickelt hat, halt nicht technokratisch. Jedes Tool ist ja einfach sozusagen eine etwas festere Fassung von einer guten Arbeitsform und Idee. Aber wenn man sowas hat, ich vergleiche es immer gern mit einem Kochrezept, dann kann man schon mal was kochen, auch wenn man insgesamt noch kein ausgebildeter Koch ist. Und das ist auch gut. Und dabei ist mir aufgefallen, dass ich ja Schmied heiße, was ja Werkzeugmacher eigentlich heißt. Also insofern, und Schmied, passt das zu uns. Und dann habe ich auch nochmal drüber nachgedacht, dass wesentliche evolutionäre Entwicklungen eigentlich mit neuen Tools und Tool-Dimensionen wie Buchdruck, wie Computer, wie Schmiedefähigkeit und so weiter entstanden sind. Also das ist auch einfach realistisch, dass anhand von Tools Anreize gesetzt werden für neue Sphären, was schlecht ist, wenn sie einfach dann technokratisch verwendet werden und man nicht immer wieder sich drauf zurückbesinnt, sozusagen auf die Werkzeugidee, die dann immer wieder neu umgesetzt werden muss. Aber die Lust an etwas Schmieden oder etwas Machen, mit dem man dann danach Entwicklung betreiben kann, die haben wir glaube ich auch beide. Ja, ja, also das vielleicht noch so, das war jetzt kein Blätter, die Gegentools, ganz im Gegenteil, weil gerade für die Handlungsorientierung wieder, da kannst du auch mit der Haltung lang rumschwätzen, wenn dann kein Handwerkszeug hast, dann kannst du auch nicht umsetzen. Also das ist im Gegenteil, eigentlich ist das etwas, was sich gegenseitig ergänzt, notwendigerweise. Und für mich ist es aber, ich denke, da sind wir ganz ähnlich in unserem Vorgehen, die Tools zu vermitteln, ganz wichtig, und immer aber das mit einer Haltung zu verbinden. Und da ist auch wieder Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, also die drei Aspekte, für mich nicht voneinander zu trennen. die Art, wie ich meine Landkarte entwickelt habe, meine Werthaltung, meine Präferenzen, wenn ich die wertschätzend verstehen will und also praktisch den Kontext, der würdigt, zu wem ich geworden bin, da muss ich in die Vergangenheit gucken, finde ich, mit einem bestimmten Blick. Aber der allein bringt es überhaupt nicht, weil wie ich dann in die Vergangenheit gucke, hat natürlich damit zu tun, wofür ich dann in die Vergangenheit gucke. Und das hängt von der jeweiligen Fragestellung ab. Und die wieder wird nicht aus der Vergangenheit abgeleitet, teilweise noch nicht mehr aus der Gegenwart, sondern aus der angestrebten Zukunft, die ich natürlich in der Gegenwart entwickle. Aber so, und insofern ist das eine etwas, was sozusagen die Basis schafft, kraftgebend, würde ich Ihnen sozusagen, Sinn zu entwickeln für Gegenwart und Zukunft und dann von dort aus aber dahin zu gucken. Weil durch diese ganzen Ideen aus der hypnosystemischen Arbeit ist ja auch klar, Erleben wird erzeugt, durch Fokussierung von Aufmerksamkeit und die muss dann dahin, wo ich eigentlich hin will. Und aber ganz wichtig wäre eben dabei auch, das gehört wieder Tool und Haltung zusammen, dass zum Beispiel das, was dem noch entgegensteht, sogenannte Symptome oder sowas, dem, wo man hin will, jetzt wiederum mit einem achtungsvollen, würdigen Blick, wofür man eine Rekontextualisierung braucht, in welchem Kontext war das sinnvoll auch, könnte es sinnvoll sein, dann auch wieder mit einbezogen wird. Nicht als Defizit, sondern auch als eine Kompetenz in anderen Kontexten. Und diese ständige Oszillation und Kombination, aber ich glaube, das ist immer das ist immer im gleichen Klub. Ihr kommt da auch nochmal dran. Jetzt kommen wir gerade in Fahrt. Ja, ich glaube, wir sind beide so dieses Umwandeln. Das haben wir ja sehr ähnlich und wir haben beide das, was man Neurose nennt, ist eben nicht immer nur das Übrige von früher, was noch nicht beseitigt oder ausgereift ist, sondern das kann auch eine sehr eigene Vorform von etwas sehr Kreativem und Charaktervollem sein und es so zu betrachten, wie kann man aus dem etwas Wertvolles machen und es nicht einebenen und in Normalität umwandeln, das wollen wir, glaube ich, beide. Und da ist mir auch noch das Thema Intuition eingefallen. Wir sind ja beide hypnotherapeutisch auch orientiert. Das hat natürlich sehr viel damit zu tun, was in uns sich kreativ konstelliert. Und in der klassischen Psychotherapie war mir der Bindungsmodus, ich kann bei dir sein, bei deinem emotionalen Beziehung zu dir selbst und deiner Herkunft immer nur eine Hälfte. und die Intuition als die Nase für das Mögliche, wie die Marie-Louise von Franz gesagt hat, das finde ich, das war unterrepräsentiert, dass man nämlich ein Gefühl dafür kriegt, was könnte aus dem noch werden, so wie es sich mir darstellt und ich mit dem Aktuellen im Hinblick auf das, was daraus noch werden könnte, arbeitet, wie du das gerade gesagt hast. Und das gilt für das Persönliche, also für die Bilder, die wir uns von dem Wesen des Anderen machen. Aber das gilt auch jetzt, wenn wir in den Coaching- oder Organisationsentwicklungsbereich reingehen, hat das ja auch etwas damit zu tun, wie können wir uns Gesellschaft künftig vorstellen, wie können wir uns Organisationskulturen künftig vorstellen. Und das ist etwas, was du nicht durch Rückbezug lernst, sondern da brauchst du sozusagen eine gemeinsame Zukunftswerkstatt über das, was kann aus unserer Gesellschaft werden. Und wenn wir allein denken, dass wir ja, wenn wir als Menschheit überleben wollen, ein weniger ressourcenmörderisches Wirtschaftssystem brauchen, das diesen Wachstumsfetischismus, quantitativen Wachstumsfetischismus hinter sich lässt und so, da müssen wir so viel neu entwickeln, natürlich unter Rückgriff auf Ideen, die es immer schon gab, aber wir müssen es heute völlig neu konfigurieren und das zusammenzubauen, wie das alles neu gestaltet werden muss, damit es zusammen ein Funktionieren, das, wenn auch, ein mörderisches System ablösen kann, das ist eine hohe kreative Leistung. Und wenn wir mit der Gegenwart arbeiten, eben jetzt nicht nur psychologisch, sondern auch aus Organisationskulturperspektive oder Gesellschaftskulturperspektive, dann müssen wir auch gemeinsam Visionen bezogen auf diese Zukunft erhaben. Da würde ich dir auch voll zustimmen, aber ich glaube, für jedes Coaching, das ist auch wieder interessant, wenn man jetzt das Dreieck Organisationen, Privatwelt und Professionelles nimmt, es wird ja oft auch Coaching so definiert, und mir bereitet es aber ein Unbehagen, sage ich gleich, dass es sich nur um Professionelles und Berufliches so geht. Und ich erlebe das ganz oft auch in Diskussionen mit Coaches, ja, aber jetzt hat er das und das da reingebracht, das geht jetzt aber ins Psychotherapeutische, und da wird so eine merkwürdige Unterscheidung gemacht, die hat aber damit zu tun, dass das so strikt getrennt erlebt wird, wie, oh, dann muss ich mich jetzt nur auf das Professionelle beziehen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man professionell einigermaßen gut arbeiten kann, wenn nicht auch in jeder Hinsicht die Dynamik der persönlichen Prozesse integriert ist, und da kommst du nicht um den Fokus, auf Privates, natürlich auch nicht auf Biografie rum, aber auch Werte, Werte für die, ja, wofür will ich denn eigentlich in der Welt sein, was macht mir Sinn und so weiter, die weit über die rein beruflichen Fragestellungen hinausgehen, die aber sofort auf die beruflichen wieder sich auswirken, und da dies zusammenzubringen und auch auf dieser Ebene zu gucken, also nicht nur auf der individualisierten Ebene einen Sinn zu suchen, weil wir sind halt eingebettet in Kontexte, und das wäre ich so gnadenlos zurück, wenn man dann überlegt, da kann man so individuell seine, was weiß ich, seine Karriere planen, nehmen wir an, man wäre jetzt in Syrien und würde ein Coaching gemacht haben, vor drei, vier Jahren, und jemand ist ganz zielorientiert, voll da irgendwo auf seiner beruflichen Perspektive, und dann bricht das alles weg, dann merkt man, dass man eingebettet ist in größere Kontexte, mehr als bei uns, bei uns ist das eine Luxussituation, und dann wäre es von vornherein gut, das mit einzubeziehen, und dann zu gucken, was ist da die stimmigste Balance in dieser Hinsicht. Und ich glaube auch, also gerade, wo du das sagst, mit dem gesellschaftlichen, mir geht es dann oft so, wenn ich so dann sehe, was da so läuft, und angefangen von der Bank gekriegt ist, aber es geht ja gerade so weiter immer noch, und so, ich habe jetzt gerade mit dem Matthias, der hat ein Seminar gemacht, mit Herr Swarga, der schläft schon bald nachts nicht mehr, könnte man sagen, weil er sich so damit beschäftigt, wie durch transatlantische Handelsabkommen und so weiter, Gen-Mais und alle möglichen Dinge, also massiv da praktisch auch ganz massive Bedrohungen für viele Landwirte und alles Mögliche für uns alle bringen können, und es wird einfach so nebenher, bis uns vergessen fast, so in der Art, ja da zeigt sich, finde ich, ich kann das Individuelle nicht ohne diesen größeren Zusammenhang da sehe, und dann kriege ich eine andere Motivationskraft auch, wenn ich mir überlege, für was im größeren Zusammenhang will ich denn hier leben, und das müssen wir irgendwie mit reinnehmen, ich finde, das wäre nicht ausreichend, wenn wir diesen Aspekt, nur, wenn wir uns nur auf die professionelle Ebene beziehen, klar, immer auftragsbezogen, wenn jemand das nicht will, dann will er es nicht, aber das im Hintergrund immer mit dabei zu haben, das fände ich sehr wichtig da dabei. Vielen Dank. Ich glaube gar nicht, dass wir so viele unterschiedliche Auffassungen waren, weil man sieht ja, dass wir eigentlich Seelenverbande sind, die aus unterschiedlichen Stilrichtungen eben sich sozusagen an diese Balancen herangehangelt haben. Was wir immer schon ein Stück unterschiedlich hatten, ist einfach die Lebensführung. Da bin ich ja so ein bisschen so der Provinzfürst, der auf seinem Gutshof hockt und die Leute kommen halt und das möchte er auch so. Ich bin kein Reisetipp und ich bin auch einfach nicht gern so viel auf so vielen Bühnen und ich habe ein sehr geradlediges Privat- und Familienleben, natürlich mit Einbrüchen und so und da hast du ja sehr viele buntere Erlebnisse auch schon in der Studentenzeit, in der Studentenbewegung, da warst du ja auf dieser ganz wilden Seite, während ich ja in dem konservativen Mannheim war. Also du hast da glaube ich einfach auch immer sehr viel größere Ausschläge gehabt mit großer Intensität, mit großer Erfüllung. Ich sehe das auch, dass du auf die Weise viele Erfüllungen haben kannst, die ich nicht haben kann, die ich dir neide. Umgekehrt weiß ich, dass ich mit meinem Lebensstil Erfüllung haben kann, die du so nicht haben kannst und die du mir dann neidest. Ja, also da gab es immer Unterschiede und sehr viel Austausch und sehr viel Versuch mit dem wechselseitigen Neid umzugehen. Also das sehe ich genau. Das ist mehr, ich denke, und irgendwie nähern wir uns, was ich sehr erfreulich finde, nähern wir uns anscheinend dann auch in der Integration der Polaritäten so ein bisschen mehr an im Lauf der Zeit. Aber ich sehe es auch mehr auf der Lebensstilebene. Die Denkhaltung war, vielleicht war das auch was, was von Anfang an schon in der ersten Begegnungen uns aneinander angezogen hat. Also mir ging es jedenfalls so, dass ich das Gefühl hatte, na klar, der spricht eine andere Sprache sozusagen, der kommt aus einer anderen Richtung, aber irgendwo die Art, wie man die Welt begreift, wie man Begegnungen begreift und so weiter, die ist so ähnlich und das war für mich, das ist nicht so oft, dass man das so trifft, also ich jedenfalls, auch wenn ich viele Leute da so kenne und das war immer sehr bereichernd für mich und da war auf der Ebene und dann sind die Lebensstile, das stimmt, ich bin eher, das ist auch, glaube ich, eine Stärke von mir, ich kann auf tausend Hochzeiten tanzen und dann auch Leute begeistern, aber natürlich, dieses konsolidierte, sozusagen gegründete Zuhause, das ist dann eher, das kommt fast zu kurz und so in der Form und da muss ich immer aufpassen dann so und das hat aber dann auch ganz praktische Implikationen, zum Beispiel war das ja schon immer so, da haben wir schon, ich glaube in der 80 Jahre diskutiert drüber, dass für den Bernd es immer wichtig war, auch quasi so etwas, ja wie eine Kultur aufzubauen, in der andere das dann auch machen können und er sozusagen als Pater Familias, so habe ich das manchmal so erlebt, als der Spiritus Rector, da das koordiniert, ein bisschen lenkt oder so irgendwie, aber mehr so im Hintergrund ist und bei mir war das gerade umgekehrt, ich wollte das über viele Jahre gar nicht, immer wieder aus der Sorge raus, das ist für mich ein ganz Allgetriebsfehler gewesen, ja nicht mich über jemanden zu stellen, allmählich habe ich dieses Missverständnis, was dabei in mir war, mehr aufgelöst, aber das hat zum Beispiel der Folge, im Bereich der Klinik ist das jetzt anders, aber im Bereich des Instituts zum Beispiel, hatte Bernd es viel besser schon längst, über viele Jahre geschafft, das zu verbreitern, so dass du gar nicht mehr auftreten musst, ich muss viel mehr präsent sein hier noch, ich will es ja auch, aber viel weniger als früher und da ist zum Beispiel etwas, wo ich jetzt im Nachhinein mit Wehmut an denke, das ist das, was mit dem Beneiden meint, schon denke ich, ha, das hättest du auch schon vorher machen können, hättest du ein bisschen mehr, dich vom Bernd anregen lassen, so und früher wollte ich das überhaupt nicht, da habe ich gedacht, ich will nicht so ein Pater Familias da sein, da im Hintergrund, aber das hat halt immer zwei Seiten und so und hier ist dann dadurch eine Kultur gewachsen und das ist wirklich, das muss man ernst nehmen und auch da habe ich große Hochachtung, was das für eine große Vernetzungsbreite jetzt in der Zwischenzeit hat, das ist eine mit tausenden von Menschen erfassende, tragfähige Kultur, die viel besser vernetzt ist, als zum Beispiel die, für die ich stehe. Die beginnt mehr und mehr vernetzt zu werden, aber sie ist nicht so verbunden und in dieser Dichte, wie jetzt bei dir. Ja, aber du bist nach wie vor der größere Anreger. Also ich sehe es ja an einem ganz einfachen Beispiel, wir produzieren Videos und tun es bei uns auf die Website und wir geben uns wirklich Mühe, bei den Leuten gut rüber zu kommen und dann haben wir es dann jetzt, also es ist noch nicht so lang, aber dann haben wir es dann also bei denen, die am intelligentsten sind, dann doch immerhin auf 350 Klicks gebracht, aber der Gunther Schmidt, der auf dem Dialogforum vom DBVC über sein Systemius-Konzept erzählt, wie er halt immer erzählt und sich keine besondere Mühe gibt, der hat halt 4.500 Klicks. Und irgendwie gelingt es uns nicht so recht, ihn zur Ader zu lassen und das bei uns selbst einzufüllen. Aber das muss man, ich glaube aber, das ist auch eines der Geheimnisse unserer guten Beziehung, dass wir diese Unterschiedlichkeiten und diese Neid nie dominiert hat, dass wir damit immer umgegangen sind. Was eben, wie man ja jetzt aus vielen Beispielen hören kann im Laufe des Lebens und das ist ja das jüngste Modell auch der Beziehungsgestaltung, jeder von dem, was zu ihm passt, vom anderen aus der Beziehung sehr viel lernt und integriert und wir beide dadurch ganzer werden. Und es bleiben einfach Unterschiedlichkeiten. Aber es ist einfach so, dass man nicht alles im Leben haben kann. Das wäre ja auch blöd, wenn irgendwelche alles hätten. Ich begegne mich ja nur noch dir selber, das ist ein bisschen langweilig. Menschen. Amen.